Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Kommunalrecht. In dieser Lektion geht es um die kommunale Aufsicht. Diese bildet das Korrelar zum Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und ist in den Artikel 108 folgende GO geregelt. In Artikel 108 GO ist der Sinn der staatlichen Aufsicht normiert. Die Aufsichtsbehörden sollen die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verständnisvoll beraten, fördern und schützen, sowie die Entschlusskraft und die Selbstverantwortung der Gemeindeeorgane stärken. Wichtig ist, dass die Staatsaufsicht nur im staatlichen Interesse erfolgt. Daraus folgt, dass ein Bürger keinen Anspruch auf ein einschreitender Aufsichtsbehörden hat. Es verbleibt lediglich das Petitionsrecht nach Artikel 115 BV. In Artikel 109 GO wird zwischen zwei Arten der Aufsicht differenziert. In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises Artikel 7 beschränkt sich die staatliche Aufsicht darauf, die Erfüllung der gesetzlich festgelegenen und übernommenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und Verpflichtungen der Gemeinden und die Gesetzmäßigkeit ihrer Verwaltungstätigkeit zu überwachen. Rechtsaufsicht. In den Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises Artikel 8 erstreckt sich die staatliche Aufsicht auch auf die Handhabung des gemeindlichen Verwaltungsermessens, Fachaufsicht. Eingriffe in das Verwaltungsermessen sind auf die Fälle zu beschränken, in denen 1. das Gemeinwohl oder öffentlich-rechtliche Ansprüche Einzelner eine Weisung oder Entscheidung erfordern oder 2. die Bundesregierung nach Artikel 84 Absatz 5 oder Artikel 85 Absatz 3 des Grundgesetzes eine Weisung erteilt. Es wird also zwischen der Rechtsaufsicht und der Fachaufsicht unterschieden. Die Rechtsaufsicht zeichnet sich dadurch aus, dass die Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises erfasst. Dabei überprüft die Aufsichtsbehörde lediglich rechtliche Fragen. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Fachaufsicht auf Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises. Neben der Rechtmäßigkeitsprüfung erfolgt hier außerdem gemäß Artikel 109 Absatz 2 Satz 1 Go eine Zweckmäßigkeitsprüfung. Diese ist aber gemäß Satz 2 eingeschränkt. Die Einzelheiten der Rechtsaufsicht ergeben sich aus den Artikeln 110 folgende Go. In Artikel 110 Go ist geregelt, welche Behörde bei der Rechtsaufsicht zuständig ist. Die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden obliegt dem Landratsamt als staatliche Verwaltungsaufgabe. Die Rechtsaufsicht über die kreisfreien Gemeinden obliegt der Regierung. Diese ist obere Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisangehörigen Gemeinden. Das Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr ist obere Rechtsaufsichtsbehörde für die kreisfreien Gemeinden. Soweit große Kreisstädte Aufgaben wahrnehmen, die ihnen nach Artikel 9 Absatz 2 übertragen sind, richtet sich die Rechtsaufsicht nach den für kreisfreie Gemeinden geltenden Vorschriften. Es ist also entweder das Landratsamt gemäß Artikel 110 Satz 1 Go oder die Regierung gemäß Artikel 110 Satz 2 bzw. Satz 5 Go zuständig. Aus den Artikel 111 bis 114 Go ergeben sich die einzelnen Befugnisse der Rechtsaufsichtsbehörde. In Artikel 111 Go ist das Informationsrecht geregelt. Demzufolge ist die Rechtsaufsichtsbehörde befugt, sich über alle Angelegenheiten der Gemeinde zu unterrichten. Gemäß Artikel 112 Go kann sie rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen der Gemeinde beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung verlangen. Wenn die Gemeinde den Anordnungen der Rechtsaufsichtsbehörde nicht mehr in einer bestimmten Frist nachkommt, kann diese gemäß Artikel 113 Go die notwendigen Maßnahmen anstelle der Gemeinden verfügen und vollziehen. Sie hat also das Recht der Ersatzvornahme. Wichtig ist, dass eine zu kurze, also nicht angemessene Frist nicht automatisch verlängert wird. Stattdessen muss die Aufsichtsbehörde eine neue Frist setzen. Zuletzt kann die Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Artikel 114 Go einen Beauftragten bestellen. Es stellt sich jetzt die Frage, wie sich die Gemeinde gegen Maßnahmen der Rechtsaufsichtsbehörde wehren kann. Bei den Maßnahmen handelt es sich um Verwaltungsakte im Sinne des Artikel 35 bei VWFG. Dadurch, dass die Gemeinde die Aufhebung dieser Maßnahmen begehrt, ist die Anfechtungsklage gemäß § 42 Absatz 1 Variante 1 VWGO statthaft. Dadurch, dass die Maßnahmen gemäß Artikel 109 Absatz 1 Go Auswirkungen auf den eigenen Wirkungskreis haben, ist es möglich, dass die Gemeinde in ihrem Selbstverwaltungsrecht gemäß Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz verletzt ist. Somit liegt eine Klagebefugnis im Sinne des § 42 Absatz 2 VWGO vor. Die Fachaufsicht, die in Artikel 109 Absatz 2 Go definiert ist, wird in den Artikel 115 und 116 näher ausgestaltet. In der Artikel 115 Go ist die Zuständigkeit der Fachaufsichtsbehörden geregelt. Gemäß Artikel 115 Absatz 1 Satz 1 Go richtet sich die Zuständigkeit grundsätzlich nach Sondervorschriften. Ein Beispiel hierfür ist Artikel 53 Absatz 1 Beibo, der die Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden regelt. Wenn keine Sondervorschrift einschlägig ist, ist gemäß Artikel 115 Absatz 1 Satz 2 Go die Rechtsaufsichtsbehörde zuständig. Im Absatz 2 ist das Sonderfall der großen Kreisstadt normiert. In Artikel 116 Go werden die einzelnen Befugnisse der Fachaufsichtsbehörde genannt. Die Fachaufsichtsbehörden können sich über Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises in gleicher Weise wie die Rechtsaufsichtsbehörden unterrichten. Artikel 111 Sie können ferner der Gemeinde für die Behandlung übertragener Angelegenheiten unter Beachtung des Artikel 109 Absatz 2 Satz 2 Weisungen erteilen. Zu weitergehenden Eingriffen in die Gemeindeverwaltung sind die Fachaufsichtsbehörden unbestattete Entscheidungen über Widersprüche Artikel 119 Nummer 2 nicht befugt. Die Rechtsaufsichtsbehörden sind verpflichtet, die Fachaufsichtsbehörden bei der Durchführung ihrer gesetzlichen Aufgaben, nötigenfalls unter Anwendung der in den Artikeln 113 und 114 festgelegten Befugnisse, zu unterstützen. Bei der Ersatzvornahme tritt die Weisung der Fachaufsichtsbehörde an die Stelle der Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde. Gemäß Artikel 116 Absatz 1 Satz 1 Go hat die Fachaufsichtsbehörde also ein Informationsrecht. Gemäß Artikel 116 Absatz 1 Satz 2 Go kann die Fachaufsichtsbehörde Weisungen erteilen. Durch den Erstrechtsschluss hat sie in entsprechender Anwendung des Artikel 116 Absatz 1 Satz 2 Go außerdem ein Beanstandungsrecht. Einfach ausgedrückt, wenn gesagt wird, dass ein Verhalten nicht richtig ist, ist das weniger belastend als die Anweisung zu einem bestimmten Verhalten. Es ist also nicht ersichtlich, warum die Beanstandung nicht möglich sein soll, obwohl sie geringere Auswirkungen als die Weisung hat. Artikel 116 Absatz 2 Satz 2 Go bezieht sich auf die Ersatzvornahme im Sinne des Artikel 113 Go und ersetzt einen Textbaustein dieser Norm. Die Norm ist also folgendermaßen zu lesen. Kommt die Gemeinde binnen einer ihr gesetzten angemessenen Frist der Weisung der Fachaufsichtsbehörde nicht nach, kann die Rechtsaufsichtsbehörde die notwendigen Maßnahmen anstelle der Gemeinde verfügen und vollziehen. In der Klausur ist bei dem Aufbau zu beachten, dass die Weisung der Fachaufsichtsbehörde in sie denn in der Maßnahme der Rechtsaufsichtsbehörde zu prüfen ist. Problematisch ist, welche Rechtsschutzmöglichkeiten eine Gemeinde gegen Maßnahmen der Fachaufsichtsbehörde hat. Denn es herrscht bereits Streit darüber, ob diese Maßnahmen einen Verwaltungsakt im Sinne des Artikel 35 BVVG darstellen. Nach einer Ansicht liegt mangels Auswirkung kein Verwaltungsakt vor. Vertreter dieser Ansicht argumentieren damit, dass die Gemeinde im übertragenen Wirkungskreis materiell rechtlich Staatsaufgaben wahrnimmt. Somit könne die Gemeinde als verlängerter Arm des Staates angesehen werden, sodass Staat und Gemeinde eine Einheit bilden und demzufolge keine Auswirkung vorliegt. Eine Ausnahme liegt aber in den Fällen des Artikel 109 Absatz 2 Satz 2 GO vor, weil dort die Eingriffe in das Verwaltungsermessen ausdrücklich beschränkt sind, sodass der Gemeinde ein eigener Spielraum verbleibt. Wenn der Gemeinde dieser Spielraum genommen wird, liegt ein Eingriff in deren Rechte und somit eine Außenwirkung vor. Nach einer anderen Auffassung handelt es sich bei fachaufsichtlichen Maßnahmen immer um Verwaltungsakte, weil eine Außenwirkung vorliegt. Argument hierfür ist, dass die Gemeindeaufgaben gemäß Artikel 6 Absatz 2 GO die eigenen und die übertragenen Angelegenheiten umfassen. Der Staat hat die Aufgabe also quasi aus den Händen gegeben. In der Lektion Aufbau des Freistaats Bayern haben wir bereits gelernt, dass Gemeinden nie ihre eigenen Rechtsträger sind. Daher sind sie gemäß § 78 VO GO passiv legitimiert. Dieser Umstand wird von der erstgenannten Ansicht nicht beachtet. Ein weiterer Kritikpunkt an der ersten Ansicht ist, dass diese die Stadthaftigkeit mit der Klagebefugnis vermischt. Es muss zuerst geklärt werden, ob eine Ausmerkung vorliegt, bevor man sich mit der Frage der Betroffenheit in eigenen Rechten auseinandersetzt. Das ergibt sich eindeutig aus dem Worte des § 42 Absatz 2 VWGO. Die Formulierung, durch den Verwaltungsakt verletzt zu sein, setzt voraus, dass ein Verwaltungsakt überhaupt vorliegt. Der Meinungsstreit ist allerdings im Ergebnis irrelevant, da nach der zweitgenannten Ansicht nur in den Fällen des Artikel 109 Absatz 2 Satz 2 GO eine Klagebefugnis vorliegt und beide Ansichten daher zum identischen Ergebnis kommen. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Die Kommunalaufsicht bildet das Korrelar zum Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden und ist in Artikel 108 folgende GO geregelt. Die Rechtsaufsicht ist in Artikel 109 Absatz 1 GO definiert und betrifft Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises. Die Aufsichtsbehörde überprüft lediglich die Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns. Gemäß Artikel 110 GO ist entweder das Landratsamt oder die Regierung die zuständige Behörde. Die Mittel der Rechtsaufsichtsbehörde sind in den Artikel 111 folgende GO geregelt. Das umfasst das Informationsrecht, das Beanstandungsrecht mit einem Aufhebungs- oder Änderungsverlangen und die Ersatzvornahme als stärkstes Eingriffsmittel. Dadurch, dass es sich bei den rechtsaufsichtlichen Maßnahmen und Verwaltungsakte handelt, ist die Anfechtungsklage statthaft. Die Klagebefugnis ergibt sich aus den Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz und 11 Absatz 2 der Bayerischen Verfassung, da die Gemeinde in ihrem Selbstverwaltungsrecht betroffen ist. Die Fachaufsicht ist in Artikel 109 Absatz 2 GO definiert. Sie bezieht sich auf Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises. Zusätzlich zur Rechtmäßigkeitskontrolle sind die Fachaufsichtsbehörden zu einer eingeschränkten Zweckmäßigkeitskontrolle befugt. Die Zuständigkeit der Fachaufsichtsbehörde ergibt sich gemäß Artikel 115 GO grundsätzlich aus Sondervorschriften. Ansonsten sind die Rechtsaufsichtsbehörden zuständig. Für die große Kreisstadt gilt Artikel 115 Absatz 2 GO. Die Fachaufsichtsbehörden haben gemäß Artikel 116 GO eine Informations- und Beweisungsrecht. Darüber hinaus steht ihnen aufgrund des Erstrechtsschlusses ein Beanstandungsrecht zu. Es ist umstritten, ob eine fachaufsichtliche Maßnahme einen Verwaltungsakt darstellt. Eine Ansicht verneint dies und beruft sich darauf, dass keine Ausmirkung vorliegt. Argument hierfür ist, dass die Gemeinde im übertragenen Wirkungskreis Staatsaufgaben wahrnimmt und daher als verlängerter Arm des Staates angesehen werden kann. Eine Ausnahme liegt in den Fällen des Artikel 109 Absatz 2 Satz 2 GO vor. Nach der anderen Ansicht handelt es sich dagegen immer um Verwaltungsakte, da gemäß Artikel 6 Absatz 2 GO auch übertragene Angelegenheiten Gemeindeaufgaben sind. Allerdings liegt auch nach dieser Auffassung nur in dem Fällen des Artikel 109 Absatz 2 Satz 2 GO Klagebefugnis vor. Das war die Direktion Kommunale Aufsicht. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.